und müssen wir da rein nicht ich will kein lockt dafür verschwenden ich will kein lockt sich wenn wir durchgehen es gibt kein zurück die sagt das so als würde ich da was verpassen wenn es die möglichkeit gibt es zu verpassen dann will ich verpassen akzeptiert das doch mal so wie ich akzeptiere dass ich da nicht hinter kann oder hier rein oder kriegst du es auf ein einfaches kombinationsschloss angeblich bewahren die meisten narren die kombination ganz in der nähe auf hoffentlich geraten wir in seinen namen hier ist etwas geld die hat es nicht hier noch eine das könnte sein was denn ja genau was könnte sein was willst du ich glaube ich hätte doch in die bibliothek gemacht oder da war doch gerade was wieso warst du so scharf darauf schlösser und codes zu knacken wenn man jemanden einsperrt entwickelt er ein interesse an solchen dingen vermutlich und ich lasse mich nicht mehr einsperren und ne na was geht bleib doch unten du vogel oh fuck man sag jetzt nicht wir müssen uns vor dem wir müssen uns vor dem songbird in acht nehmen auf parken oder müssen wir gegen den kämpfen oh fuck no komm lizzie elizabeth du versprich es ich werde ihn stoppen nein dieses versprechen kannst du nicht halten aber bitte wenn es so kommt lass nicht zu dass er mich zurückbringt dazu kommt es nicht ok ich weiß nicht mal ob ich das könnte wenn es so weit wäre also lizzie als könnte ich dich erschießen du dummer olle fotze ja ja bereich verlassen klar machen genug downtown emporia was oh nö was oh nö sie mal die wuchs nehmen hier alles auseinander ey solange ich mich nicht kämpfen muss ist mir dann egal tschüss ich bin ja mal raus aqui Seid ihr bescheuert? Hier, was ist das? Hui! Kuckuck! Hier, ein paar Granaten für euch. Ja. Wer will mich töten? Hier? Wo? Scheiße, ich renne die nicht. Mann! Seh ich nicht. Da kommt, Jungs! Hör mal, ist die geflogen. Aua! Ich glaub, ich werd wahnsinnig, ey. Du Dreck-Sau! Hier! Schluck das! Ja! 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 Aufstehen, Bunker! Aufstehen! Warum sollte ich? Ich hasse euch! Hier, putz weg 39! Tschüss! Ja, kommt zu Papa. Und nochmal, putz weg 39! Ja! Fuck you, man! Null! Ja, ich weiß. Hier! We like, good time! Danke! Oh ne! Oh ne! Näääääh. Nääääh. Nächster Hit und ich bin da und bist du bescheuert? Moin! Was geht? Ich bin da mal raus, ne? Ich bin da mal raus. Uuuuuh, Mutti! Oh Gott. Oh ne, geh bitte weg. Macht das schön unter euch aus. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich steck dich ab. Was passiert da oben? Ja, wo denn? Fertig! Äh, ist da noch einer? Was passiert da? Kommt der nicht? Sind die zu blöd? Sonst geht's ja gar nicht mehr weiter, ne? Werteidig! Werteidig! Du Penis! Bin kein Palkling! Warum? Oh ne du Pisser! Nicht sterben! Ja. Was soll vor allem dieses Salzsymbol da die ganze Zeit unten sein? Ich lasse diesen Geld. Ich lasse ihn nicht. Öffne ihn! Aber klar! Was macht der das? Oh jetzt, jetzt kommt er zu mir! Moin mein Hübscher! Geil, gib her! Tschaui! Ne, seh die nicht an! Wow! Ernsthaft, Alter! Ich hab doch Leertaste gedrückt! Oh! Warum ist der so schnell? Warum ist der so schnell? Ja, versuch's ruhig! Bring dir nix! Wurpo! Ja komm her! Hallo! Tschüüüüf! Oh Gott! Alter ey! Na, wie gefällt dir das? was super ich bin beeindruckt ich hasse ihn zu spät Komm, hier, ein bisschen Putz weg, 39, ha? Na also. Und tschüss. Oh Gott. Wann ist dieser Kampf vorbei? Moin. Hier, ein bisschen Putz weg. Nicht sterben, Booker. Ich hasse den. Ich hasse den. Der geht mir so auf den Senkel. Scheiße. Komm, was machst du da oben? Oh, oh. Oh, oh. Oh, fuck, man. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Soll auch wehtun. Ganz dolle. Tschüss. Ich hab doch sonst keine Chance gegen den. Der springt mich doch die ganze Zeit an, der Verwärtsling. Keine Muni mehr. Eine Muni mehr. Fuck, man. Oh, my God. Stirb doch. Jotzerdank. Jotzerdank. Du fetter hässlicher Mistgerl. Ah. Gib her. Mann, 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 Mann. Sonst gibt's hier nichts. Ja, komm, scheiß auf Loot. Weiter geht's. Muss ich was knacken. Ach, das wird... Vorhin in dem Laden, was du da von mir verlangt hast. Reden wir nicht drüber. Nein, was hat das Ding dir angetan? Wenn es mich zurückbringt. Das ist der Tod, Mr. DeWitt. Oder etwas so ähnliches, dass es keinen Unterschied macht. Hm. Das kann ich verstehen. Da unten glänzt was. Ich muss da runter. Hm. Was? Was? Sitzt du wieder im Feuer und wunderst dich, warum es nicht wehtut? Liegt vielleicht daran, weil du ein NPC bist. The founders will... Ja, hat man schon. Die Betrüger werden brennen. Oh, nein. Komm, Mann. Komm zurück. Schluck ein bisschen Putz weg. Hier. Tschüss. Tschüss. Hier, Booker. Ich mag das Putz weg 69. Das ist super. Das ist echt super. Salze hab ich schon voll, ne? Ja, Salze voll. Juh. Drei Picks. Booker, da drüben ist ein Lockpick. Wo? 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 Wo siehst du hier einen Lockpick? Och, Mann, Mädel. Da. Danke. Neue Fähigkeit? Yo. Press to generate a magnetic shield. Hold to absorb damage and release to throw it back. Hold and release to create an explosive trap. Nicer, nicer. Neue Fähigkeit. Zurück an Absender. Hau doch nicht ab, ihr Würstchen. Denk an, denk doch. Bitte sehr. Die Firma dankt. Ich will nicht zählen. Die Revolution steht bevor. Ne, ich find, ich find Putz weg 69 find ich besser. Ich find Putz weg 69 besser. Kommt so, Papa. Ich hätte hier Salze. Geil, immer gut. Wo sind sie denn? Na? Was mit dir, mein Großer? Ich höre nichts mehr. Ist der Kampf jetzt vorbei, oder nicht? Da war doch noch Salze drinne. Ach, die habe ich schon getötet, oder was? Hm. La, 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 la. Ich habe Geld gefunden. Jawohl. Bin ich immer gut? Was ist denn jetzt eigentlich mit Markus? Der sagt gar nichts mehr. Der meldet sich gar nicht mehr. Oh, ich glaube, ich habe gesoffen. Scheiße. Ja, ich weiß. Ich bin halt ein Säufer. Alles verlassen. Oh, erstmal wieder ein bisschen Gesundheit hier. Ja. So, wo müssen wir jetzt hin, Lizzie? Aber wir sind noch nicht im Weg. Danke. Genau rechtzeitig. Brauchst du auch nicht mehr, Lizzie. Alles gut. Alles entspannt. So, du wolltest den... Am besten gar nicht. Ja. Oh, guck mal hier. Copyright. Lieber Bruder, diese Löcher in der Luft zahlen sich weiter aus. Ich weiß nicht, von welchem Musiker du dir die Noten borgst. Aber wenn er nur halb so genial ist, wie der Biologe, den ich jetzt beobachte, tja, dann wirst du der Mozart von Columbia. Weißt du, ich denke ständig an diesen Traum von dir. New York in Flammen. Irgendwas ist damit. Hm. Vielleicht eine Vision. Vision. Wonder Vision. Schade, dass da immer so ein Blur-Filter drauf ist. Aber damals ging es wohl nicht anders. Da war das noch die Limitierung der Konsolen. Obwohl, ne. Das war doch schon PS4, Bioshock Infinite, oder nicht? Ja, aber es war noch relativ am Anfang. Da kommt man das da... Da haben die das noch nicht ganz ausgelutzt, oder? Hinter diesem Tor lebt Comstock Haus. Ja, wundert mich nicht. Moin. Ding Dong. Ding Dong? Ding Dong. Tor öffnen. Sag mal. Lady Comstock, wie reizend Sie zu sehen. Wundervoll, dass Sie mal vorbeikommen. Besonders nach Ihrem schmerzlichen Tod vor 19 Jahren. Lady Comstock? Das Kleid. Das Ding hat mich für meine Mutter gehalten. Ihre Fingerabdrücke sind Ihnen heute gar nicht ähnlich, Lady Comstock. Sind Sie krank? Das klappt doch nie. Ich glaube schon. Deine Mutter ist tot, Elizabeth. Ja. Zeit, ihr die letzte Ehre zu erweisen. Gehen wir zu ihrem Grab. Okay. Wo soll das sein? Ey, das sieht mir so nach einem Kampf her aus, ne? Ich warte nur darauf, dass die Gegner kommen. Ich übersehe jetzt mit Absicht auch mal ein paar Leichen und ein bisschen Loot. An sich sind wir ja gut ausgerüstet. Diese Wahrheiten sind offensichtlich. Sag mal. Sag mal. Danke. Ja, mach ich. Sag mal. Fuck, man. Ich bin schon wieder so gut wie da. Was soll denn das immer? Oh, kacke. Deckung. Toll. Bringt mir alles nicht, wenn ich noch einmal getroffen werde. Wow. Danke. Vielen Dank. Genau richtig. Tust du das? Ich nicht. Ja. Da ist es wieder soweit. Aufstehen, Bumpe. Aufstehen. Das ist deine Schuld. Schnell. Schnell. Mann. Ich muss glaube ich jetzt mittlerweile mindestens einmal sterben im Kampf, ne? Das ist irgendwie so... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Irgendwie will das Spiel. Ja. Da hab ich aber gesehen, da war ein Lockpicks da, ne? Oh, not bad.